Ja, die Parkplatzsuche in der Großstadt immer ein Riesenproblem und dann findet ihr endlich einen Parkplatz und dort ist ein Schilderbaum und ihr müsst erst mal überlegen, ob ihr da überhaupt parken dürft. Wenn man zum Beispiel sowas sieht, dann kann man nicht auf Anhieb sagen, ob man da parken darf. Und wie diese Kombinationen zu lesen sind, das erklären wir euch jetzt in diesem Video. Ja, mein Name ist Stefan Miller, ich bin ADAC-Club-Jurist. Zunächst ist mal festzuhalten, dass Zusatzzeichen immer Hauptzeichen benötigen, auch wenn es in § 39 Absatz 3 der StVO heißt, auch Zusatzzeichen sind Verkehrszeichen. Zusatzzeichen zeigen auf weißem Grund mit schwarzem Rand schwarze Sinnbilder, Zeichnungen oder Aufschriften, soweit nichts anderes bestimmt ist. Sie sind unmittelbar in der Regel unter dem Verkehrszeichen, auf das sie sich beziehen, angebracht. Ja, also Kombinationen sind von unten nach oben zu lesen. Und bei einem Zusatzzeichen in der Kombination ist es nicht weiter problematisch. So haben wir jetzt also hier zum Beispiel das Zusatzzeichen PKW und das bezieht sich nach oben dann auf das Zeichen 314, den Parkplatz. Und dadurch wird halt ausgedrückt, dass eben der Parkplatz, das Parken nur für diese Fahrzeuggruppe PKW erlaubt sein soll. Bei mehreren Zusatzzeichen ergibt sich aus dieser Vorschrift aber eben auch, dass es immer von unten nach oben zu lesen ist. Und das, was inhaltlich zusammengehört, es sollte dann auf einem Zusatzzeichen sein. Das heißt also entweder auf einem Metallschild oder auch gern genommen durch eine schwarze Linie auf demselben Metallschild als ein Zusatzzeichen abgetrennt. Ja, sowas ist dann bei zwei Zusatzzeichen auch immer noch ganz gut überschaubar. So haben wir hier eben die Kombination, dass ich eben montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr nur zwei Stunden mit Parkscheibe parken darf. Und wenn wir diese untere Bedingung nicht haben, dann fällt die obere auch weg. Das heißt außerhalb dieser Zeit darf eben jeder, also auch alle Fahrzeuge ohne Parkscheibe, ohne Beschränkung parken. Ja, komplizierter wird es eben dann, wenn wir drei Zusatzzeichen haben. Da weiß man dann häufig gar nicht, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Und dann kommt auch noch das Problem dazu, dass teilweise die Kommunen die Reihenfolge vertauschen, weil sie etwas ganz anderes ausdrücken wollten als das, was man dann am Ende liest. Bei dieser Kombination hier, da ist es klar, da bezieht sich das Zusatzzeichen 2 auf das Zusatzzeichen 1. Das heißt eben unter der Woche, tagsüber darf ich da nur stehen mit einem gut lesbar ausgelegten Schwerbehindertenausweis. Und dann in der restlichen Zeit unter der Woche und tagsüber am Samstag, da darf ich parken mit einem Parkschein oder eben mit diesem speziellen An- oder Bewohnerparkausweis. Bei dieser Kombination hier, da liest man eben, wie wir es gerade gesagt haben, von unten nach oben. Das untere Zusatzzeichen bedeutet Elektrofahrzeuge mit E-Kennzeichen. Die dürfen eben, wenn wir jetzt nach oben lesen, bis zu vier Stunden parken im Zeitraum von 8 bis 24 Uhr und zwar mit einer Parkscheibe. Problematik hierbei ist aber, alle anderen Fahrzeuge, die eben kein E-Kennzeichen haben, die sind gar nicht erfasst, die brauchen also gar keine Parkscheibe und von daher dürfen sie eigentlich 24 Stunden ohne zeitliche Beschränkung parken. Das war so sicher nicht gewollt. Man hätte also das Zusatzzeichen 1 und 2 andersrum aufhängen müssen, dann wäre es genau wie hier. Da bezieht sich die zeitliche Beschränkung eben nur auf das Auslegen der Parkscheibe und außerhalb der angegebenen Zeit gilt dann die Regelung des oberen Zusatzzeichens. Also ist auch dann nur das Parken für Fahrzeuge mit E-Kennzeichen zulässig. Zum Parken an Ladesäulen, da habe ich euch in diesem Video schon das Wichtigste dazu erklärt. Ja, das mit den Zusatzzeichen, das funktioniert aber eben nicht nur beim Parken. Wer jetzt so eine Kombination hier sieht, der liest eben auch von unten nach oben und der sieht, im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr gilt folgendes, Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die haben eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 und alle anderen, für die gilt eben die Geschwindigkeitsbeschränkung von 100. Ja, habt ihr auch schon Kombinationen gesehen, bei denen man etwas länger braucht, bis sich dann der Bedeutungsgehalt erschließt. Da könnt ihr gerne etwas dazu bei uns in den Kommentaren hinterlassen. Und ansonsten, wer mag, kann sich auch noch dieses Video anschauen zu den Zusatzzeichen bei Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ansonsten, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.